Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4 The Legacy Challenge wir haben leider ein Problem und zwar haben wir immer noch massive Geldprobleme hier dass wir nicht das ausbauen können wie wir es denn ganz gerne wollten und ja von deswegen müssen wir mal gucken dass wir das irgendwie geteilt kriegen können wir nicht die Ela hier irgendwie auf den Strich schicken oder so dass wir doch mal was naja lassen wir mal verstehen sie mag sie fröhlich weiter der eine ist ja noch arbeiten ist ein bisschen mit seiner mit ihrer alten Liebten am Bandeln wie wir letzte Folge halte also gesehen haben bzw erlebt haben das war ja das war ja ein Feuerwerk der Gefühle muss man sagen also da kriege ich ja jetzt noch Gänsehaut wenn ich daran denke vor allem wie ich maximal errichte einfach mal in alle Richtungen war oh sie ist inspiriert okay na gut dann werden wir vielleicht mal versuchen etwas zu pflanzen Samen kaufen wir wollen gerne Kräuter für Einsteiger Gemüse Früchte für Einsteiger 35 tolle Rinskis die kaufen wir uns und dann setzen wir hier kannst du das jetzt oh 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 na da haben wir ja Früchtchen drin hör mal na machen wir doch mal die Banane ich hoffe das klappt jetzt Pflanzen sehr schön der Geburtstag von Suenath das sieht mir aus wie na dann bewässern das müssen wir auf jeden Fall mehr jäten vor allem müssen wir dann mal einen vernünftigen Garten auch irgendwie anlegen ich weiß gar nicht ob wir die die Erträge ob wir die verkaufen dürfen außerdem hat er großartige Arbeit geleistet na hör mal da ist ja wundervoll dann mal mal hier ein neues Gemälde und zwar ein klassisches großes Gemälde bitte sie ist gerade noch ein bisschen an der Blumenpflege dran unterhält sich dabei ein bisschen mit der alten Ela der alten verstorbenen na Mutter wie geht es dir so wie ist es im jenseits schon so ein Goku getroffen man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht da muss ich jetzt gleich auf jeden Fall mal was essen sobald sie hier fertig ist wenn die Klin jetzt nicht gerade an den Teller ran gehen würde das ist das gleiche scheinbar tja hätten wir sogar nicht kaufen brauchen naja jetzt wissen wir es ich bin es witzig dass man die Stimme von dir immer noch so ein bisschen erkennen kann so er ist schon fast fertig mit dem nächsten Gemälde das ist ein Träumchen aber der muss auch gleich auf jeden Fall mal ganz schnell sich hinlegen und mal eine Mütze schlaftanken ach er ist fertig sehr schön sehr unwohl na komm dann arbeiten wir dich mal ab hier Kollege dann darfst du das jetzt verwenden dann darfst du das aufwischen dann darfst du dir ein bisschen die Hände waschen und auch die Zähne putzen dann nach dem Zähne putzen darfst du was essen ach guck mal was der gut hat der Kerl und danach darfst du schlafen gehen geil oder? ist auch ein geiler Tagesablauf hier so und der ist auf jeden Fall schon mal fertig hier geht es wieder mal super wir können mal ein bisschen in die Pfütze im Planschen gehen würde ich sagen ist ja noch ein Kind sie darf das ja so sie sind immer noch ein bisschen am Essen so die volle Palette okay sie ist schon fertig mit Planschen dann Plansch hier auch noch mal ein bisschen Plansch mal die Pfütze weg hervorragend sie hat den Sprung hier von wegen Aufräumen ja schon wieder total ignoriert aber das kennt man ja von ihr aber halt sind schon wieder die Rechnung fällig ey da gaut es mir jetzt schon wieder vor hab ich schon er hat nur noch Essen und Schlafen okay mal nicht essen und schlafen aufwischen da war noch aufräumen da war noch und dann darf er ins Bett also hier braucht auf jeden Fall immer extrem lange zu malen so pünktlich vor 6 Uhr morgens geht es wieder ab in dein Schlafgemach also in ihrs jetzt weiß ich auch wieder was das war was ich hier drauf schreiben sollte es war glaube ich äh in Schrift gravieren für Ela eine fürsorgliche aber nicht immer treue Ehefrau ich glaube das war es zumindest vom groben Wortlaut her war das so ein exotischer Kochbananenbaum ein Träumchen ich freue mich schon wenn wir hier das das Foyer fertig haben das sieht bis jetzt ja noch alles sehr merkwürdig aus mit dieser unterbrochenen Wand und da hinten diesem leeren Raum den wir jetzt so noch gar nicht zuordnen können ich habe da schon ziemlich genaue Vorstellungen wie ich das nachher aufziehen möchte und ähm ich will nur so verraten es fängt mit einem Pool an nein Ryan nicht hin naja kommt in den besten Familien vor Energieversagen klingt gut so habe ich mich am Wochenende auch immer hingelegt ging schnell und spontan ich hoffe ihr nehmt jetzt auch alles mit na sehr schön immerhin schon malen warum malen sie hier bitte nicht weiter du kannst auch beim quatschen weiter malen ... ... ... Nero Grypnol! Geh vor! Shunna! Hihihi! Snubara Watanini! Lumaena Axine! Okay... Wäre auch mal ne Option... Hm... 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 So... Ihn lassen wir schlafen... Sie lassen wir malen... Und sie lassen wir... Keine Ahnung... Ist es Sonntag? Schach spielen! Ja... Spiel Schachkind! Das ist gut! Hab ich eh... Am Wochenende auch gemacht... Hab ich eiskalt gewonnen... Hat mich selber gewundert... Naja... So... Fertig gemalt... Aber leider... Kein gutes Gemälde... Also... Verkaufen! Und... Ja... Ich würde sagen... Direkt das nächste, oder? Wir könnten ja nach Vorlage malen... Ich glaub die kleine... Haben wir die kleine... Ja doch... Die ist immer noch im gleichen Alter... Ähm... Sich selber können wir ja nicht malen... Äh... Kind... Alter... Teenie... Junge Erwachsene... Junge Erwachsene... Und Erwachsene... Sieht ja irgendwie gleich aus... Ich würde sagen... Die überspringen wir mal... Von jedem vier Stück... Machen wir mal ein... Popart Gemälde... Popart Gemälde... Und sich schon fertig wieder mit Schach spielen... Na gut... Dann mach das mal... Oh... Sie können es mittlerweile aufwischen... Ist interessant... Aber lassen wir sie erst mal das wegräumen... Was sie jetzt gerade angefangen hat... Jo... 4200... Ich guck mal ganz kurz eben in den Baum-Modus rein... Was diverse Späße denn so kosten würden... Treppen zum Beispiel... Mega Treppe... Oh wie ausgefallen... Ist... Ein Schnapper... Ich möchte das gerne drehen... Wieso kann ich das nicht drehen? Nein! Nein! Können wir das bitte wieder rückgängig machen? Irgendwie erscheint mir das doch ein bisschen sehr teuer zu sein... Ich habe die Stufe im Backstein... Und scheinbares Treppenhaus... Irgendwelche Holzstufen... Ich glaube... Das hier ist tatsächlich sowas, was ich gerne haben möchte... Sind wir fast beim gleichen Preis irgendwie... Das kommt dann bei solchen Treppen irgendwie alles relativ... Dann kommen wir auch genau das teuerste... Ja gut... Das Ding ist halt dann doch nochmal exorbitant teurer hier... Wobei die ist schön... Die ist schön... Die werden wir benutzen, wenn es so weit ist... Aber da haben wir jetzt schon einen groben Anhaltpunkt... Was der ganze Spaß dann dann kosten wird... Und da würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge von Sims 4 Selexi Challenge wieder... Bis dahin alles Gute und Ciao! Bis zum nächsten Mal!